Der Umbau des Großpostwitzer Bahnhofs zum Verwaltungsgebäude wird teurer und dauert länger als ursprünglich geplant. Wie Bürgermeister Markus Michauk berichtet, plant die Gemeinde jetzt mit ca. 4 Millionen Euro. Ursprünglich waren 2,7 für die Maßnahme vorgesehen. Die Gemeinde Großpostwitz will den Bahnhof künftig als Rathaus für sich selbst und für die benachbarte Gemeinde Obergurich nutzen, mit der eine Verwaltungsgemeinschaft besteht. Der Einzug ist jetzt für 2022 geplant, ursprünglich war er schon für dieses Jahr vorgesehen. Der Bahnhof Großpostwitz wurde mit der Inbetriebnahme der Strecke Bautzenbad-Schandau 1877 eröffnet, 2007 vor der letzte Zug, seitdem steht das Gebäude leer.